Moin Leute, herzlich willkommen zum dritten Video des heutigen Tages, beziehungsweise ist es ja eigentlich eher das erste, denn das zweite kommt um 14 Uhr und das dritte um 18.30 Uhr. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Heute gibt es auf jeden Fall drei Videos. Was ihr ebenfalls wisst ist, beziehungsweise müssten das die meisten von euch mitbekommen haben, werde ich am 14.01. nach Flachau fahren und dort mit ein paar Kollegen ein bisschen Snowboard fahren. Und um ein bisschen zu trainieren, ich muss ja wieder reinkommen, wollte ich einfach mal was zocken, weil überraschenderweise habe ich bei mir in der Wohnung keine Snowboard Piste. Ist verrückt, ich weiß, die meisten von euch haben sowas, ich aber nicht. Und deshalb dachte ich mir, spielen wir Steep. Da kann man nämlich auch snowboarden, Ski fahren, ein paar Tricks machen und man kann sich so ein Wingsuit überschnallen und dann so einen Berg runterspringen. Ist eine schöne Sache, ein bisschen Abwechslung. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß. Au! Du hast... Das erste, was ich von dir in dem Game sehe, ist, wie du versuchst, mir die Beine zu brechen. Du hast mich umgeworfen. Nee, ich stand doch da einfach nur. Ich hab'n Schieff verloren. Oh Gott, jetzt fällt der aber auch richtig weit runter. Hört er auch mal auf und zeigt erstmal ein paar krasse Tricks. Der war wirklich gut. Kurz mal ein bisschen... Oh, das war skillig. Jetzt kurz ein paar Standardskills hier rauspullen, ey. Alter, jetzt bin ich aber richtig schnell. Vorsicht, Bro. Okay. Gott, das ist steil. Oh Gott. Ich glaube, ich brech mir meine Knochen. Oh Gott, Palud, da ist ja... Nein. Da geht's einfach nur nach unten, aber er steht auf einmal wieder auf. Macht ein Double... Hallo Palud, ich bin ein paar Meter rechts von dir. Ah, warte, ich kann mich auch ein bisschen um... Ah, ich sehe dich, ich habe es um. Hey! Oh Gott, ich bin tot. Ne, ich bin weich in den Schnee gefallen. Also ich leb definitiv noch. Hallo Palud. Wo bist du Maudato? Hier. Ich würde ganz gern einmal stoppen. Um dann... Habe ich dich umgeworfen gerade mit einem Trick? Ja, ja, du... Trick oder Tritt? Trick. Ich habe einen Seil über dich gemacht. Sportart wechseln. Left shift. Ich kann irgendwie... Jetzt habe ich das Snowball. Jetzt ist es richtig krass. Jetzt können wir loslegen. Ah! Jetzt geht's los. Warte, ich helfe die Maudato. Ich brauche erstmal richtig Tempo. Alter, ich rasse nicht rein, wenn ich nicht kriege Paluten. Ich brauche so eine Trick-Schanze. Warte, ist das ein Trick? Oh yes. Ja, geiler Trick, Alter. Okay, lass uns mal so eine Paragliding. Ne, nicht Paragliding, sondern mit dem... Wingsuit. Wingsuit, genau. Hallo Zombie. Bist du wieder da? Oh! Ich war mit. Okay. Wie schaffen wir das denn? Wingsuit. Genau, jetzt kannst du... Huiiii! Oh! Das ist so gefährlich hier. Oh ja, das ist richtig steinig. Aber ich muss es riskieren. Wird so richtig krass am Boden längs. Oh! Ja! Ja! Und... Reiter! Uh! Ich würde so einen Rennen starten. Wie machen wir das denn? Hallo! Ich sehe dich noch nicht. Ach doch, au! Hallo! Wie doof ist das denn? Drei, zwei, eins. Los geht's, Freunde! Oh! Den, 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 den. Noch mal ganz kurz zur Erklärung. Man kriegt Punkte, indem man extrem riskant hier die Strecke runterkachelt. Man kann so ein bisschen links und rechts alles machen. Aua, ich bin tot. Bist du tot? Ja! Ach, Mann. Krassen, krassen... Wow, das war knapp. Oh! Oh! Noch mal hier ein bisschen. Ich habe Angst, dass ich... Dass ich nicht ins Ziel komme. Doch, schaffe ich. Oh, ich glaube, wir schaffen es. Oh! Oh, no, no! Oh! Oh, ich bin K.O. Aber ich habe es geschafft. Wie viele Punkte hast du gemacht? Äh, 5300. What? Wie hast du das denn gemacht? Ich habe 2.000 oder so. 2.500. Ich bin da rechts zwischen den Klippen durchgeflogen. Alter, 12.000 Punkte. Was? Okay, warte mal. Jetzt möchte ich aber auch nochmal. Jetzt fliege ich auch nochmal runter. Nein! Verdammt! Ich hatte zumindest nochmal 2.000. Neuer Versuch. Komm, gib mir den neuen Versuch. Wieso abgestürzt, Maudaro? Ja, ja. Der Klassiker. Ich schaue den Paluten zu. Alter. Ich bin einfach zu... Oh, alter Schwede. Das war gerade... Aber feurig. Nee, 12.000 wären das nie im Leben. Ja, vielleicht rechts für die Goldmedäule. Aber du kommst nicht mehr hoch. Es waren 8.200. Nee, 6.900. Ich bin halt sehr knapp immer am Boden entlang geflogen. Und so an Felsen vorbei. Wenn rechts neben dir so ein Felsen ist. Und ich dich knapp dran vorbeibringen. Das sind halt super viele Punkte. Oh Gott. Boah, das war ein absoluter Körper. Da ist er in den Felsen ausgewichen. Aber das ist ja einfach nur krank. Ich meine, du hast nur so ein Wingsuit an. Und springst einfach einen Berg runter. Das ist doch cool. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann. Und da kommt er auch. Riss in Peace, Pedissel. Hallo Zombie. Okidoki. Hijack. Zielpunktzahl 500. Wir sind hier im Fettung. Oh, ich glaube, das schaffe ich. Ja, es sollte im Bereich des Möglichen sein. Oh. Oh, guckt euch das an, Junge. Eine Maschine. Was ist denn losgefahren? Alter. Das hat ja Maschinen. Und nochmal den gleichen Trick, bloß in einer anderen Variante. Jetzt nochmal schön. Oh, jetzt die Classical. Wow. Oh, ich habe ein Level abbekommen. Alter. Krass, jetzt bin ich Level 3. Aber mach nur noch die Lame Jumps. Ja, Goldmedaille. Wie viele Points habt ihr? Noch gar keinen. Ich bin hingefallen. Ich habe nur 110. Sozial wahrscheinlich. 1583. Wie viel habt ihr Paluten? 1500? Warte mal, dann muss ich das nochmal machen. Lunge, ich habe die krassesten Babo-Stunts der Welt abgezogen. Das war schon fast kriminell, wie krass das war. Bitte keine Verbrechen hier, Paluten. Ja, warte. Ja, kann ich auch, Alter. Ich weiß nicht, ob ich genau... Schaff nur einen! Ich habe nicht gesprungen. Was? Hey! Ich fahre aber wieder. Okay, komm schon. Ich krieg das hin. Man kann hier einfach wieder hochfahren und weitermachen. Alter, Maudado hat ein cooles Outfit an. Das geht nicht, Maudado. Dein Spiel ist kaputt. Klar geht das. Sack. Guter Trick. Jetzt ein bisschen was anderes mal ausprobieren. Uh, war auch nicht schlecht. Jetzt vielleicht die Big Ramp. 2.000, aua. Oh, nein, wieso habe ich dann auf einmal so wenig? Was macht... Oh, ich bin gescholpert. Ja. Aber ich kann doch letztlich nur WASD für die Tricks benutzen, oder? Und J und L, um dich am Snowboard festzuhalten, während du die Tricks machst. Ach so, ja, warte mal. Das ergibt ja ganz neue Möglichkeiten. Der sah sweet aus. Aber hat irgendwie nicht so viele Punkte gegeben. Wir haben so mehr Punkte du machst, umso mehr steigt die Kombo-Leiste unten. Dann gehen wir in den Tricks wesentlich mehr. Ah. High Speed. High Speed. Oh Gott. Auf den Bauch gelandet. Ach Mann ey. Kann ja nicht wahr sein. Meine Bestleistung. 1050. Ne, das war schon mal Double Backflip. Jetzt noch mal die Big Ramp. Oh, das sah fresh aus, aber hat auch nicht so viel gebracht. Doch, jetzt noch mal eine. Big Kombo. Nein, ich hab's verkackt. Och, der war ja der Lauchix. Oh, ich hab elf Punkte für den Trick bekommen. Oh yes. Oh, diese coole Rampen. Ne, ich find den Skatepark irgendwie mega cool. Meiner macht manchmal so richtige Larry-Tricks. Manchmal macht meiner auch gar nichts. Boah, das war nice. 1000. Oha. Oh. Jawohl, wie viel hab ich jetzt? 1600, verdammt, wie viel hattest du? 3000. 3000! 2. 2, 2000. Achso, 2000. Okay, warte, dann kriegen wir... Da, stimmt, sehen wir. 2021. Komm, das müssen wir doch heute noch hinbekommen. Okay, sah fresh aus. Der geht auch durch. Ah, der war lauchig. Verdammt, der hat mir... Obwohl, wenn ich jetzt nochmal so einen richtigen... Ne, das kannst du noch nicht gehen. Okay. Verdammt, restart. Okay, last try, Zombie. Wenn ich das nicht schaffe, dann bist du der offizielle... Okay, warte, warte, warte. Ich hab mich verdrückt. Okay, dann bist du der offizielle King. Oh, Mann. Oh, das sieht gut aus. Oh, yes. Okay, das gab zumindest... Ah, nein. Jetzt komm ich hier... Nicht auf Tempo. Ich mach einfach nochmal exakt den gleichen Trick. Nein, jetzt mach doch mal... Oh, Gott. Was machst du denn? Wieso machst du dann so einen lau... Der Truck Driver. Boah, was kann ich? Die ganze Zeit hoch und runter gefahren, bis ich gemerkt habe, hey, meine Challenge wurde abgebrochen. Okay. Und dann würde ich gerade eben einmal... Keine Ahnung, du kannst auch zwei Rechnungsdaten machen. Boah, was kann ich? Du kannst vorne und rechts zum Beispiel machen. Also die Seiten, die Vorderung und die Seiten... Oh, wie viel habe ich jetzt? Ich hab... Nein, meine neue persönliche Bestleistung. 1900. Oh, nice. Wie viel hattet ihr jetzt? Wie viel hat Maudade? Boah, 2100. 2184. Ah ja, ich hatte gerade 2200, aber mein Spiel ist eingeblieben. Ich konnte nicht ins Ziel fahren. Okay, meine Damen und Herren. Den Sieg konnten wir uns nicht holen, aber wir haben ein bisschen trainiert. Denn am 14. geht es für mich nach Flachau. Ich freue mich. Zusammen mit Sonnbeer und Maudado wird eine schöne Zeit. In diesem Sinne, schaut bei den beiden vorbei. Was, wir fahren nach Flachau? Ja, ja. Was ist denn der Erste? Ja. Gut, eine geile Zeit. Schaut bei den beiden vorbei. Ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.